Was darf ich denn? Wow! Das hat sie erkannt, oder? Nein. Echt? Okay, nein. Sie seht aus wie Helene Fischer, gell? Echt? Ja. Aber das höre ich wirklich oft. Sie ist ja angestellt, weil sie so ähnlich ist wie die Elena Fischer. Da war eine Kundin von mir. Aber sie ist ja hübsch, aber nicht hübsch. Danke. Danke. Ich weiß gar nicht, warum da so ein Hype immer ist. Ja. Die Musik ist nichts. Weißt du warum? Schlagersänger heißen nur Schlagersänger, weil sie einen Schlag haben. Und ich habe keinen Schlag. Wie alt ist denn die überhaupt? Ja. Die Fischer, glaube ich, 32, oder? Die sieht aber wesentlich älter aus im Fernsehen. Sie ist fast 40. Sie ist fast 40, ja. 30. Eben, eben. Glaubst du, ich mache sie nach? Ich habe ein Foto gesehen von ihr, die hat voll die Glocken. Und das ist jung. Ah. Ja. 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 Ja.